Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors The Definitive Edition. Ich muss sagen, ich habe Lust auf Abenteuermodus. Eigentlich sollten wir den Legendenmodus spielen. Das wäre auch einfach deutlich klüger, aber ich habe einfach auch keinen Bock. Ich würde gerne hier ein bisschen level, damit alles ein bisschen leichter geht. Wir haben hier schon die klassische Abenteuerkarte angefangen, haben aber schon 1% geholt, der Fortschritt. Wir haben jetzt hier das große weite Meer, eine von der Lesion of Zelda The Wind Waker inspirierte Karte. Gegenwind und Hindernisse erschweren, dass vorankommen. Deshalb benötigst du hier Itemkarten. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Das große weite Meer. Auf dem großen weiten Meer gibt es Gegenwind, der dein Fortkommen behindert. Außerdem gelten für bestimmte Kämpfe Sonderregeln. Mit der Itemkarte Taktstoff des Windes kannst du auf Erkundungsbildschirm den Gegenwind beseitigen und dann reisen fortsetzen. Okay. Das Ding ist ja sowieso erstmal keine Wahl. Musik mit Thunlink. Thunlink gibt es ja auch. Siege schnell, alle Riesenmonster. Das gefällt mir gar nicht. Da haben wir auch überhaupt keine Wahl. Kann ich hier nicht in dem Bazar? Kann ich auch nicht in dem Bazar. Ja, das funktioniert ja schon mal gar nicht. Okay, dann lassen wir das. Was haben wir hier? Das ist auch alles scheiße. Also sind wir halt mal ehrlich, das ist halt nicht gut, ne? Das ist alles gar nicht gut. Ich probiere jetzt mal hier das mit mit Zanto, weil wir haben ihn ja gelevelt. Wir haben ihn ja gelevelt. Es ist nicht mehr ganz Katastrophe, dass ich das mit Level 1 probieren wollte. Ich denke, jetzt mit Level 12 schaffen wir es. Ach Leute, ich habe eine gute Idee. Ich möchte euch... Ja, was heißt das kann ich euch... Das kann ich euch verraten. Ich werde nochmal den Mario Kart... Hoffentlich Schafis, ne? Was ich halt an so diesen Warrior Games am wenigsten mag, sind die Bosskämpfe. Die mag ich am wenigsten, weil die sind so zäh. Ich mag das gar nicht, wenn die Gegner so zäh sind. Ich will die hier so einfach und easy einfach zertrümmern und mich überlegen fühlen. So, ne? Das soll alles sich gut anfühlen. Wenn du gegen so ein Riesenviech kämpfst und die Schadensanzeige nicht abnimmt, dann ist das unbefriedigend. Ah, gut. Wir müssen uns aber eilen. Also, probieren wir es. Was ich euch erzählen wollte... Wir können das überspringen. Was ich euch erzählen wollte, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht über noch ein neues Projekt, was ich anfange. Hatte ich ja ursprünglich gar nicht vor. Der haltet hier exklusive News. Exklusive News kriege ich dir hier. Jetzt muss der sich aufraffen. Und zwar werde ich tatsächlich das neue Zelda, das ist schon Zelda Tears of the Kingdom hier heute Abend noch aufnehmen, anfangen. Jetzt fragt man sich natürlich, habe ich nicht in dem Mario Kart 8 Infovideo rumgeflam, dass ich solche langen Projekte nicht hier anfangen will. Und jetzt fange ich hier effektiv 2 an. Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich auch ein Widerspruch. Und ich habe das auch schon hier beim ersten Part von Halorias erzählt. Bei mir kam eigentlich noch mal ein Geistesblitz. Ich habe eigentlich, also, da habe ich wieder zu kompliziert gedacht oder so. Ich habe mir ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ein Fall, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist das erste Problem gewesen. Denn ich muss ja auch nicht jeden Tag im Video bringen, ne? Das schaffe ich ja sowieso nicht. Da ist so viel Zeit, kann ich auch nicht hier aufwenden. Das war auch nie mein Plan. Soll das ein schönes, gemütliches Ding nebenbei sein, dass ihr hoffentlich mit mir genießen könnt. Ich mache einfach ein Video pro Woche, beziehungsweise zwei. Ein, zwei Videos pro Woche. Und dann schaffe ich das. Dann kann ich jetzt einfach für das Semester, wo ich dann wahrscheinlich nichts aufnehmen und spielen werde, kann ich einfach schon voraus aufnehmen. Das hat eigentlich auch nur einen Nachteil. Das hat ansonsten überhaupt keinen Nachteil. Das hat lediglich einen Nachteil. Und das ist halt, dass hier die Interaktion natürlich dann leidet mit euch. Das heißt, wenn ihr irgendwas kommentiert und ich das im Video ansprechen möchte, dann ist das natürlich sehr verzögert, ne? Allerdings, äh, muss man auch mal ehrlich sein, ich bin ja jetzt hier quasi ganz am Anfang. Und die Interaktion ist ja sowieso nicht riesig. Also bisher, äh, im Prinzip, äh, hat nur Freunde von mir kommentiert. Jetzt keine fremden Leute. Die ist ja natürlich eingeladen zu kommentieren, ne? Aber bisher ist das halt noch nicht so der richtige Fall. Und ich meine, ich will ja auch niemanden jetzt, äh, da so, äh, ich will mich nicht beschweren, dass das böse ist von euch und so. Weil ich bin ja eigentlich meistens auch der Stelle Zuschauer. Wobei, in letzter Zeit muss ich sagen, schreibe ich mehr Kommentare. Aber, das ist jetzt auch nicht mein, mein, meine Standardmodus. Von dem her. Aber ja, das ist jetzt, da das am Anfang sowieso komprimiert ist, dann ist das eigentlich auch egal, ne? Dann machen wir das einfach so. Easy peasy, kann ich doch auch so neue Zelda spielen. Und hier kriege ich den guten Content. Und dann habe ich mein erstes Playthrough von diesem Spiel. Ist dann quasi blind. Habe ich sogar halt, ja, weiß ich nicht, dokumentiert, ne? Archiviert. Das finde ich doch ziemlich cool, muss ich sagen. Es ist ein weiterer König Dodongo. Da muss ich ja sagen, ich bin fast dankbar. Weil ich habe auch keinen Bock auf Goma gehabt. Ich habe schon Angst gehabt, das wäre, ähm... Ich habe schon Angst gehabt, das wäre Goma. Das hätte mir nicht so gefallen. Wahrscheinlich war meine Anzeige schon voll. Ich habe gar nicht drauf aufgepasst. Tantos ist halt auch so cool, ne? Mit seinen derpy Attacken. Aber ist ein cooler Charakter, ne? Wenn ihr auch so Twilight Princess kennt. Tantos ist grundsätzlich ein sehr cooler Charakter, sehr cooler Antagonist. Ist niemand der... Ne, wobei... In gewisser Weise hat er schon, ähm... In gewisser Weise hat er schon am Ende so eine kleine Redemption. Also so ein... Weiß ich nicht, ne? So ein bisschen Charakter-Development hat er ja auch. Ist nicht der unterkomplexeste aller Charaktere. Auch wenn er natürlich jetzt auch nicht der komplexeste aller Charaktere ist. Aber ja, ne... Kann man schon... Kann man schon machen, den Kollegen. Design ist auch cool. Kann man sich, denke ich, nicht beschweren. Ist das coole hier in diesem High Royals, weil das halt wirklich so ein... Ja, weiß ich nicht, ne? Wie ein Multiverse-Ding von Zelda ist, so, ne? Bei dem zweiten High Royals-Teil ist es ja sehr spezifisch auf... Ja, quasi die Breath of the Wild Story, ne? Also... In dem... Ja. Mit The Breath of the Wild hat es erstmal nichts zu tun. Auch wenn die natürlich... Sind es die gleichen Charaktere, aber es ist ja in Breath of the Wild orientiert. Und dann die... Story for Breath of the Wild quasi. Die... Die Prequel... Das Prequel quasi, ne? Äh... Zum Teil, äh... 1 zu 1 und zum Teil in anderen... In alternativen Versionen quasi, ja. Ich denke, so kann man es beschreiben, oder? Aber ja. Was mich ja freut auf jeden Fall, dass wir das schaffen. Jetzt ist die Frage, wir brauchen länger als fünf Minuten, so wie das aussieht. Hoffentlich kostet mich das nicht den A-Rang, ne? Das wäre ein bisschen traurig. Müssen wir die Scheiße nochmal machen. Also hier, äh... Machen wir am besten gleich mal hier die Spezialattacke. Vielleicht schaffen wir es noch, bevor die zehn Sekunden ablaufen. Der lebt ja immer noch. Okay. Wir haben auch immer noch geschafft, oder? Also es war auf jeden Fall unter fünf Minuten, von dem her. Ich glaube, die ganze Map ging ja nur zehn Minuten, ne? Das müsste unter fünf Minuten gewesen sein, knapp. Ich hoffe, dass wir da jetzt hier, äh... Erfolge erzielt haben. Und... Ja, wir haben auch hier... ...Santo das Herz-Teil wahrscheinlich. Das ist doch toll. Das ist doch schon mal direkt ein guter Start. Ist sogar ein Herz-Container. Auch nicht schlecht. Haha. Allerdings, Natsanto sollte lieber seinen... Seinen... Seinen Helm aufbehalten, ne? Das vielleicht... Wenn er impressive wirken will, ist das wahrscheinlich, äh... besser. Ah ja, schon cool. Mit Nessa auch im Spiel. Also... Ja. Gut. Seine Animation. Und seine Verrenkungen. Ja, nice. Okay. Mal gucken. Wir müssen jetzt auf der Map auch ein bisschen weiter vorankommen. Ich hoffe, wir können noch ein paar coole Missionen machen. A-Gang, so will ich das haben. Sehr gut. Gut. Schick ist nur in der Galerie verfügbar. Ja. Ja, das freut natürlich auch immer hier der ganze Bereich da aufgedeckt. Dass die Bomben halten. Müssen wir Pfei spielen. Stimmt, dass oben die Bomben mit uns im Arsenal. Hat das irgendwas geändert? Zu weit erstmal nicht. Ja, warte mal. Ich will... Mich nervt das... Man kann hier nicht in den, äh... Bazaar, oder? Das ist doch scheiße. Aber wenn ich jetzt hier die Schlacht starte... Es ist auch empfohlen, dass Level 8 ist. Ja, war das nicht das... Wir haben hier sogar nicht verbannten aus Garbotsort. Ja, alles klar. Ist ja auch mit Pfei. Wir müssen halt hier zum Beispiel... Ah, nee. Okay. Ich hatte gedacht, dass wir dann wieder aus dem ganzen Abenteuer-Modus rausgeworfen werden. Aber die ist nicht der Fall. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das, ne? Machen wir das gleich. Ja, ich hoffe, ihr freut euch hier ist auf The Kingdom. Theoretisch, ne? Wäre das klüger, erstmal Breath of the Wild zu machen. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, dass... Das ist ja auch... Ist ja nochmal ein Investment. Aber ich habe schon Bock, das nochmal zu spielen. Also ich will halt schon... Ich will jetzt schon auch das neue Zelda spielen, ne? Also ich hoffe, da ist Verständnis vorhanden. Wir haben ja überhaupt kein Geld, oder? Wie hoch können wir sie leveln? Ja doch, okay. Daran scheitert es nicht. 12. Das sollte doch reichen. Hoffe ich. Okay. Wir haben jetzt aber auch tatsächlich kein Geld mehr, ne? Das ist ein Problem. Item wechseln. Ja, das habe ich herausgefunden. Habe ich gar kein Geld mehr. Aber ja. Gucken wir mal, wie die Karte ist. Okay, das ist... Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der Tempel heißt. Skyward Sword ist auch so. Skyward Sword, muss ich sagen, ist ein Zelda, das ich grundsätzlich schon mag. Aber ich habe es auch nur ein einziges Mal durchgespielt. Es ist auch für die Switch ein Remake gekommen. Und ich habe... Also ein Remaster. Und ich habe es halt noch nicht gespielt. Warte, wir müssen auf Bomben. Oder habe ich ihn weggesprengt? Das funktioniert auch. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen vielleicht in das Auge schießen. Ne, das funktioniert gar nicht. Ja, okay, wir wechseln auf die Bomben. Und dann... Ja, ja, ja. Und dann kämpfen wir gegen die anderen. Ich habe mich getroffen. So, jetzt ist er down. Ja, okay. Ja, gut, wir machen... Wir machen gut Schaden. Das Problem ist, sie sind zweit. Machen wir erstmal den, der so ein bisschen... Ja, so ist gut. Immer besser, wenn zu viele Gegner auf einmal... auf einmal einen angreifen, das ist immer sehr unangenehm. Probieren wir erstmal hier, die Einzelnen zu besiegen. Oder so, wo wir sie beide zusammen da reinholen. Ja, genau. Wir können auch hier ein bisschen unsere Bomben einsetzen. Das war ja auch viel zu wenig. So, wir haben hier Spezialangriffsleister. Können wir auch mal fesseln. Das ist natürlich mein Glück gewesen. Dann hätte ich sie alle drei an einem Ort, äh... Ja, geholt. Aber, ja, was soll's, ne? Wenn das hier nur so ein Kampf gegen so Feinde ist, dann ist das nicht das Problem. Boah, die Bomben haben ihn gar nicht gedacht. Die würden ihn wegfetzen. Aber, ne. Na, scheiße. Auch die... Die Schadens... Ja, okay. Ihr seid schon nasty, ne? Ihr bräuchte euch... Müssen wir auf Distanz bleiben. Aber, ja, das... Ich denke, wir haben auch gleich. Sehr gut. Dinodorus. Ausweichen. Wahrscheinlich kommen jetzt mehrere, so Bursts vom Gegner, ne? Ach, zum nächsten Fest müssen wir noch gehen. Okay, okay, okay. Ja, wir sind auf jeden Fall Gebrauch von, äh... Spezialangriffen und Magie und sowas machen, wenn wir das, äh, bekommen. Am Ende werden wir gegen den Verbanden kämpfen müssen. Fürchte ich. So, ich lasse ja gar keine Wahl. Möchte ich gleich stauen. Schauer abbogen. Ja, nicht bei dem. Aber euch. Naja, natürlich blockt der, ne? Also, die Wäldern Schaden macht das auch nicht. Machen wir mal hier Spezialangriff. Die sind auch gestärkt, ne? Also, das gefällt mir nicht. Also, sind die eigentlich gestärkt? War ich zu langsam? Okay, ich will mal hier den besiegen. Der stört mich nämlich. Ah, ist jetzt sogar meine Stufe. Sehr gut. Okay. So, ich treffe wieder beide damit. Na ja, Freunde, wie geht's euch? Wie geht's euch? Ich habe euch ja mal versprochen, ich bleibe ein bisschen off-topic. Aber eigentlich, eigentlich bin ich mental einfach nicht bereit. Na, ich will es eigentlich von Magikarten mehr aufheben. Und das ist auch so ein bisschen... Ich weiß nicht. Gar nicht so leid für mich jetzt gerade in diesen Modus zu kommen. Aber... Ja, was geht? Was geht bei euch? Ich habe in einem Mario Kart Video angesprochen, dass ich noch einen Auftrag... Also, ich glaube im vierten Part oder irgendwie sowas oder... In den anfänglichen Parts habe ich von einem Auftrag geredet. Ich bin aber jetzt eigentlich angefangen. Und werde den auch auf jeden Fall dann wahrscheinlich morgen oder die Tage fertig machen. Das läuft also. Ich habe jetzt auch mit Unreal Engine 5 angefangen. Ne, also hier... Ich mache enorme Port-Schritte. Ich bin ein krasser Typ. Ich bin ein krasser Typ. So, das war es für beide, denke ich. Also, der ist auf jeden Fall down. Der andere noch nicht. Aber das kriege ich auch noch. So, mach da eine Sprachenanzeige. Aber ich muss sagen, ich habe bisher noch das Interface mir angeguckt. Und ich werde dann später am Abend noch was darin modeln, um ein bisschen zu lernen. Ich freue mich tatsächlich ziemlich sehr, Unreal Engine zu lernen. Das wird nice. Ich kann euch dann vielleicht in Zukunft auch ein bisschen über so... Ja, weiß ich nicht, ne? Also, ich bin jetzt nicht so... Ich bin jetzt nicht so primär ein Game-Entwickler, falls ihr das jetzt denkt. Eher für Film und Animation und so. Animationsfilme. Aber... Also, Game-Design in der Weile interessiert mich natürlich auch. Und ich meine, ich würde dann auch Assets für Games und sowas erstellen von dem her. Ne? Also... Jetzt auch nicht, dass das jetzt wieder ganz knapp ist. Aber dass er nicht den falschen Eindruck bekommt. Ich habe leider noch nicht ganz so viel Ahnung von Games, weil... Ich frage mich zum Beispiel, wie sich hier die Bodentexturen machen. Da weiß ich nicht, ne? Die ist ja sehr hoch aufgelöst. Aber die verstrickt sich ja über den gigantischen Boden. Also, das muss... Das, äh... Ist der Verband jetzt hier drin? Ach du Scheiße. Verband... Okay. Der ist nämlich klein. Aber ich dachte, der wäre größer. Ich bin größere in Erinnerung gehabt. Und so kleine Versionen auch von ihm. Was ist denn hier los? Gucken wir mal die... Besiegen erstmal die Kleinen. Oh Gott, der Kurs ist aber auch gefährlich. Ah ne, das macht der Kleinen hier. Aber wir haben ja noch ein... Von... Von diesen... Boah. Das wird hart. Das wird hart. Das wird hart. Oh, ich bin auch fast tot. Wie soll ich denn das hier schaffen? Schaut euch aus. Ich höre mal eine Terze. Ja, das schaffe ich glaube ich nicht. Ja, da vorne kann ich mich nochmal heilen. Aber was ist das denn für eine Scheiße? Ich nehme voll viel Schaden, wenn der trampelt. Ah, das ist doch lächerlich. Jetzt muss ich hier schon wieder sterben. Deshalb... Boah. Boah. Was ist das? Okay, aber ich denke... Ja, nur vor der Lebensleistung habe ich dann auch eine Chance. Habe ich dann auch eine Chance. Ja, ich habe einen Verbanden besiegt, oder? Muss reichen. Wenigstens kriege ich hier das Material. Ich merke mal, wenn die jetzt mal separiert sind, dann ist das schon wieder einfacher. Ob ich jetzt noch den Großen besiegen kann, wo ich kaum mehr leben habe, das ist erfraglich. Das denke ich nicht. Okay, er fällt hin. Aber das reicht ja trotzdem nicht. Ja, das würde also... Ja, wenn wir das noch irgendwie schaffen, dann aber... Ja, sportlich. Ich denke nicht, dass wir das schaffen. Was ein bisschen nervig wäre. Okay, jetzt mal auf Abstand gehen. Der wird bestimmt gleich wieder so Schockwellen machen. Ah ne, er macht ja... Boah. Jetzt macht er bestimmt... Naja, also davon muss ich mich fernhalten. Deshalb will ich wahrscheinlich direkt killen. Aber die einzelnen kleinen Schritte scheinen jetzt keinen Schaden zu machen. Darf ich alle Fuß zählen? Aber... Also einer ist geplatzt. Ne, nicht alle. Hinten ist noch einer. So. Ja, ich mein gut, aber er nimmt halt so wenig Schaden, ne? Ja, vielleicht kann ich jetzt die Leiste leer machen. Aber es... Ja, weiß ich nicht, ne? Spannend. Ja, guck mal. Das ist alles ein Flop. Lass mich in Ruhe. Aber theoretisch könnte man das schaffen, ne? Also jetzt... Wahrscheinlich doch meine schon, wenn ich es nicht schaffe. Ja. Ah, meine... Meine Spezialangivsleiste regeneriert sich auch automatisch. Immerhin, ne? So, machen wir das wieder so. So, wir haben gleich alle auf einmal getroffen. Ja, ist... So, das ist hier... Passieren. Ja, guck mal, wie lang das dauert. Das ist ja nervig. Wäre schön, wenn wir noch irgendwie zwischendurch ein Level erreichen könnten. Kriegt man Erfahrungspunkte, wenn man die Füße... Uh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Von Erfahrungspunkte, wenn man die Füße besiegt. Da habe ich uns wieder was reingeritten, Freunde. Aber ich spiele auch schwierig, ne? Da sollte das ja auch noch betreffen. Von dem her ist natürlich, ne... Der Struggle ist natürlich auch gerechtigt, hoffe ich. Sonst, äh... Ich bin einfach nur ein schlechter Spieler. So, besiegen wir wieder alle. Aber es gibt keine Erfahrungspunkte. Das heißt, wir müssen jetzt hier das ganze Zeit noch das, äh... ...gebimmel hören. Oh Mann. Und so können wir ihm auch keinen Schaden zufügen. Naja, dann wird das wohl eine Weile dauern. Ist so. Aber was ich noch zu der Game-Development-Sache sagen kann. Manchmal kann man... Also, das müsst ihr jetzt natürlich erklären, was das ist, ne? Ups. Oh Gott. Ich bin des Todes. Ich bin des Todes. Macht doch Schaden. Wenn, ähm... Mir wäre es dann aber auch tatsächlich lieber. Ich würde jetzt einfach mal sterben. Statt dass ich mich jetzt hier noch an diese Hoffnung klammere. Und ich habe auch gar keinen Bock, die... ...die Quest zu wiederholen. Oh. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss es noch irgendwie schaffen. Ich muss mich zusammenreißen. Ich kann ja einfach warten... ...bis sich das auflädt. Dann muss ich nicht die Füße so angreifen. Und ich ignoriere ihn einfach. Und so kann ich noch ganz safe und lächerlich gewinnen. Oh Gott. Oh Gott. Das macht mir ja auch noch schade, ne? Das ist da... Okay. Wie soll... Wie soll man da ausweichen? Hat man da keine Chance? Alter. Sind das für Artefekte hier bei der Start oder das weiß ich nicht. Erfahrungspunkte und Stufenstiege sind dir auch sicher. Erfahrungspunkte und Stufenstiege sind dir auch sicher, wenn du von vorne anfängst. Oder die Karte zurück. Dann können wir zurück. Was mache ich denn dann jetzt? Wenn das auch schon wieder so eine Scheiß-Mission ist. Muss ich die Story-Modus weitermachen. Oh Mann, oh Mann. Haben wir wohl keine Wahl. Außer wir machen hier, aber dann müsste ich ja... Da muss man ja ja auch gegen Gegner kämpfen. Das will ich nicht. Haben wir das noch? Das ist normal. Ähnelt der Abenteuer-Quadie. Wir sind jedoch spezielle Master-Quest-Regeln. Wenn wir mit Link spielen können, dann wäre es kein Problem. Wir müssen mit Volga spielen. Keine Heilung. Aber es ist auf Stufe 1. Also wir müssen uns ja... Master-Quest-Regeln. Zeitdruck. Keine Heilung. Kein Blocken. Keine Angriffs-Items. Überempfindlich. Ja, das ist natürlich genial, ne? Probieren wir es mal. Wir brauchen den Volga. Nein, 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 nein. Boah, das ist mehr Waffen. Das wird sich ja teilweise auch lohnen. Wie viel können wir machen? Immerhin Level 3. Ja, toll. Wir können nicht mal hier was machen. Okay. Wir lassen das, Freunde. Wir lassen das. Wir machen... Wir machen... Sorry. Das ist alles zu schwierig. Das ist zu schwierig. Freier-Modus. Naja, nee. Was machen wir denn? Wollen wir hier mit Lincoln? Das machen. Ein Lincoln kann halt alles bekommen, gell? Und wir können... Das mal hier leicht machen für uns. Ich würde sagen, das ist eine äußerst gute Idee. Okay, wir machen das jetzt. Okay, wir machen das jetzt. Okay, wir machen das jetzt. Tschüss. Yourself. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Linkle caught word of the monster's attack and immediately began preparations. She dressed the part in her green tunic. Equipped with her trusty crossbows and the ancient compass her grandmother had bestowed on her, Linkle set out from the village. This treasured compass and a crude map were all she had to guide her way to Hyrule Castle. In no time at all, she found herself lost in a malevolent forest. An imp in a curious mask appeared out of nowhere and stole Linkle's precious compass. That compass, she knew, was proof of her destiny. She had to get it back. And thus began Linkles' first true trial. Das ist ziemlich lustig. Äh, wir starten aber direkt mal. Horror-Cat. Und das ist der Riecher Storyline hier. Das ist ziemlich cool. Also das ist ja das Optional. Das war damals in der Wii U-Version nicht. Das kam dann, äh, unsere Truppen selber Hühner. Wie wir in der Erklärung gehört haben, äh, hat sie auf Hühner und so aufgepasst in ihrem Dorf. Aber irgendwie schön, dass jetzt, wie einfach das jetzt ist. Vielleicht, vielleicht bin ich einfach, vielleicht, vielleicht sollten wir doch erstmal auf einfach spielen in XD. Können wir hier jetzt mal das jetzt durchrennen. Also das ist jetzt im Prinzip eine Storyline, aber eine optionale. Linkle ist ja auch ein komplett optionaler Charakter, der auch in dem Spiel hier entwickelt wurde. Weil die Leute immer nach Female Link, äh, geruft haben. Und haben sie dann hier, äh, quasi einen weiblichen Link gemacht. Aber schon lustig, wenn das, äh, ihre Introduction, die sie auftritt, also ich weiß nicht. Ich muss sagen, das fängt jetzt auch nicht so mega sympathisch, dass sie da so gleich so von sich überzeugt ist. Ah, ich bin hier die Wiedergeburt des Helden. Also ich weiß nicht, ne? Vielleicht haben sie das hier aus Parodie-Künden gemacht, weil das, äh, ist jetzt in, äh, Asien nicht so üblich, dass sie das so machen wie in Hollywood und so. Aber ist ja quasi, ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall so schlecht geschrieben wie so ein, äh, wie so ein Boss, äh, Boss-Lady-Character aus irgendwelchen Hollywood-Produktionen. XD, aber, haha, ja, mal gucken, ne? Also, diese zwei Armbrüste, das ist schon ziemlich cool, ne? Kein, kein Hate über, über Linkl. Wir werden sie natürlich schätzen. Kein Glück sind die Hühner auf unserer Seite. Die Gegner haben auch keine Chance. Ich frage mich, ob ich da war, weil ich das jetzt auf einfach gestellt habe, ob das jetzt auch unsere Erfahrungspunkte verringert oder ob wir einfach ganz normal leveln. Das würde mich interessieren. Okay, wir können da drüben mal, da sind ja viele Tore verschlossen. Wir können da drüben mal den, äh, ja, ich glaube auch keine, ne, wir haben auch keine Wahl. Ja, wir müssen hier den Stützen derobern. Der einzige, der hoffen ist. So, versuchen wir hier mal... Vielleicht in alle Richtungen. Zack. Alle Gegner besiegt, haben Level-Uberreicht. Ja. Das ist schon gemütlich, ne? Das ist immer more like it. Ah, hier ist auch das Sauber-Kit. Okay. Gehen wir doch da mal rein. Aber das wird sicher nicht der finale Kampf sein. Ah, er ist schon wieder verschwunden. Hat sich zum Nordplatz teleportiert. Er spielt mit uns. Naja, okay, das ist ja auch cool. Holen wir mal schnell den Ostbaum. Oh, ist das einfach. So möchte ich das haben. Äh, Torwächter. Okay. Ja, der Tor-Sauber-Kit spielt mit uns. Ist offensichtlich jetzt nicht hier Major, sondern ist ganz kleines Sauber-Kit. Das ist hier noch in Charge ist, deswegen ist es super spielt. Muss ich jetzt hier uns der Küken da retten, oder was? Ich versuche nach Futter. Ja, dann holen wir es nochmal, ne? Da will ich hin. Prostakun da. Also wir müssen gar nicht zu dem Huhn, wir müssen einfach nur Gegner besiegen quasi. Ja, da habe ich jetzt natürlich eine Dummheit gemacht. Nehme ich mich weg-teleputieren, jetzt muss ich nämlich hier wieder... Ach nee, hier... Hier soll der Thunen, oder was? Achso, nein, 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 nein. Was ist denn das hier? Ist das vielleicht... Der Skull-Tool, oder irgendwie sowas? Nee, ist was zum Heilen. Okay, ja, der hat ja doch alles abdeholt richtig gemacht. Aber das Thunen stärken, ja, das ist bestimmt sehr wichtig. Wetter das Küken ist doch schon gewettert, oder? Also das ist nicht unbedingt ein Problem mit mehr Monstern. Irgendwo die Spy mich mal. Nicht bald aber laufen. Das teleportieren ist mir... Verließe mir nicht ganz geil, wobei in dem Fall wäre es vielleicht schneller gewesen, ne? Auf jeden Fall, bis ich da hingelaufen bin. Aber guck mal hier, wir haben... Das Material übersehen. Jetzt das Goldhuden. Oh, hier ist irgendwas in Gefahr. Ich denke mal, das wird wieder fliehen. Ja. Und so kann ich nicht arbeiten, ne? Ja, Hauber-Kid. Ich kann auf jeden Fall gut leveln, so. Das ist nach meinem Geschmack. Muss ich wohl meine Meinung doch ändern, ne? Wenn wir hier Abenteuermodus machen wollen, müssen wir doch erstmal leveln. Das ist ja sowieso auch eher vorhergesehen, dass man erst die Story macht und dann in Abenteuermodus. Nur dass wir ein flüssigeres Beikommen haben, das Herzteil verlinkelt. Der hätte sogar... Guck mal. Sie beschwert sich, dass der gestohlen wurde. Jetzt hat sie ihn hier um sich hängen, ne? Das ist natürlich unrealistisch, ne? Das geht Punktabzug. Das geht Punktabzug. Ja, ne? Ist halt Teil ihres Designs. Und man hat natürlich jetzt nicht extra... Ja, wobei man hätte vielleicht doch ein extra Kostüm auch gemacht. Wenn man jetzt einfach nur ein Pferden müssen, ne? Das wäre ja nicht das Ende der Welt gewesen. Aber ist jetzt wohl auch nicht so wichtig gewesen, ne? Dass man das deswegen extra gemacht hat. Ja. Noch mehr ehrlich gesagt. Keine Sorgen um deine Monsterhauer, Kid. Linke tatsächlich auch nicht. Ja klar, sie ist ja... Sie ist ja der Girlboss, ne? Sie hat aber sowieso keine Angst. Also überhaupt kein Problem. Und natürlich, wie es sich spricht im Vergleich zu Link, ne? Von dem her... Das ist auch eine interessante... Ähm... Ja, weiß ich nicht, ne? Joyce Entscheidung. Dass man das so gemeint hat. Natürlich auch einfach machen können. Sie stumm wie Link. Wir haben jetzt hier Skulltou da. Ich höre sie auch. Irgendwo hier ist sie. Ist sie da hinten einfach, oder was? Irgendwo hier ist sie da. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir haben schon mal zwei unserer drei Sammelgegenstände. Auf jeden Fall alle... Alle... Festungen erobern, dass wir auch... Ja, das... Was hatten wir gesammelt? Ein Herzteil, ne? Also jetzt das Herz-Containerchen erholen. Fügen wir sie in Gefahr. Das geht natürlich nicht. Da oben. Okay, scheiße. Muss ich gleich umkören. Ich mach jetzt erstmal hier sauber. Das klingt immer noch, ne? Dass das hier juckt mit seinen Monstern. So. Kann auf jeden Fall sagen, was man will. Aber Linkl... Linkl rasiert. Wie viele Gegner wir innerhalb von kürzester Zeit besiegen. Crazy. Alright, alright. Wir kehren mal schnell um und bringen das Fuhn zu seinem... Zu seinem Futterplatz. Wo ist denn das? Ist das jetzt schon gestorben? Hä? Wo ist das Küken überhaupt? Bist du das? Achso. Das ist jetzt schon ab und allein da hochgelaufen und jetzt da oben. Okay, 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 verstehe. Das ist gerade auf der Karte nämlich gar nicht mehr gesehen. Das machen wir noch schnell, ne? Das ist gar kein Problem. Zwei Nachtschwämmen, also das ist ja nix. Können wir uns ein nächstes Goldhuhn. Aber ich blöde ja auch die Framerate ist. Das ist ein Traum. Ich habe auch vorhin drüber nachgedacht, weil ich hatte auf X hatte ich so ein Video gesehen von One Piece Pirate Royale 3, weil da ist jetzt Gear 5 Ruffy ist da jetzt rausgekommen. Und das war halt ja natürlich irgendwie PC oder weiß ich nicht, PS5, was auch immer Gameplay gezeigt. Und da dachte ich mir auch so, Alter, das ist ja voll flüssig. Weil immer wenn ich solche Warrior Spiele spiele, dann sind die halt eigentlich immer nicht flüssig, ne? Ich habe auch hier die originale Wii U-Version gespielt und die 3DS-Version. Ich spiele jetzt hier zum ersten Mal die Definitive Edition. Und 3DS-Version, die waren natürlich nur 30 FPS und natürlich auch mit Frame Drops. Das zweite Herois hat auch Frame Drops und so. Fire Emblem Warriors hat auch 60, aber natürlich nicht konstant. Also es hat optional Modi, man kann es dann 30 und 60 spielen. Mit einem Unterschied bei der Auflösung. Und das zweite Fire Emblem Warriors habe ich noch nicht gespielt. Von dem her, ich habe eigentlich die Spiele immer nur relativ unflüssig gespielt. Ich habe auch die Dragon Quest Heroes. Das wird später gespielt. Oh, das läuft ja jetzt noch an. Ja, soll ich mal bitte zurückziehen? Ich muss noch hier was erobern. Ich werde das jetzt bestimmt gleich zurückziehen, oder? Naja. Das ist mir auch lieber. Ich will hier noch, äh... Wir dürfen das nicht beenden, bevor wir nicht, ähm... Naja. Bevor wir nicht noch die zweite Schatzkiste gefunden haben. So, ist jetzt mal... Aber es sind ja auch nicht mehr viele Festungen, ne? Jetzt ist aber hier die offen. Da gehe ich auch rein. Nicht oben, sondern die optionale. Material, wichtig und richtig. Ja, soll er Monster beschwören, das ist mir egal. Inbedrängnis. Ja, den helfen wir jetzt auch. Hierhin will ich eh unterwegs, äh... Du, 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 du... Wir haben auch gleich Level 5. Wir haben das aber wenigstens ein bisschen gegrindet. Wir haben auch viele Münzen, ne? Wir spielen da 4.000... Äh, Rubine meine ich. 4.000 Rubine schon. Das ist alles gut. Damit können wir wieder Charaktere leveln. Aber wir können die Charaktere nur so weit leveln, wie unseren stärksten Charakter. Und das wird aktuell Link mit Level 14 oder irgendwie sowas sein. Das heißt, wir können sowieso die Charaktere nicht höher leveln als dieses Level. Das heißt, es macht sowieso Sinn, dass er mit Link irgendwie weiterzuspielen. Ähm... Ja, hier war ja auch nichts. Ärgerlich. Wir haben nur diese drei festgegangen. Und da sind alle verschlossen, bis auf die oberen, ne? Das ist natürlich... Weiß ich noch nicht, ne? Wahrscheinlich wird's wieder flüchten, das Sour Kid. Komm mal, oberen wir hier den Vorposten noch. Oh, ey, wir wissen gar nicht, wie ich mich gleich darauf freue. Das Zelda anzufangen. Cheers to the Kingdom. Das wird ein... Jetzt hat er sich wieder umteleportiert, weil ich zu langsam. Alter. Da oben ist Gefahr. Ja, gut, das oberen ich mich halt zurück. Oberen schnell die Festung, wo er drin ist. Also, wo er drin war. Ach ja, was für ein Monster, Alter. Ich sehe davon nichts. Gut, okay, die oberen gerade eine Festung von mir. Ich sollte natürlich meinen Maul halten. Offensichtlich ist ja schon ein bisschen was da, aber... Ich rette dich doch, Bruder. Ah, die sind ja auch gestärkt rum. Das war wohl der Fehler, ne? Das ist noch einer. Okay. Ich möchte hier das erobern noch. Wir werden wahrscheinlich auch noch Level 6 erreichen. Mit dem wäre ziemlich gut. Wir kriegen ja noch viel mehr Münzen. Alles, alles nice, alles nice. Im Bedrängnis das Gold tun, Alter. Was los mit dir? Das ist ein Gold tun. Kannst du ja nicht... ...sterben. Ist mich aber auch komplett baitet. Wo in welcher Festung ist denn jetzt? Muss dann ja die Quelle der Göttin sein. Ich denke nicht, dass es in der finalen Festung sein wird. Oder ist es in der Truhe und ich habe die Truhe noch nicht gefunden. Dann wird er sich wieder gleich verpissen. Es kann halt auch sein, wenn ich Pech habe. Ist das hier oben. Weil es ist in der Truhe oder so. Und ich da noch nicht hoch kann. Umso mehr eigentlich ein Grund, die Scheiß-Story weiterzumachen. Es hilft dir alles nichts. Es hilft dir alles nichts. Immer mehr Monster. Du Kek, Alter. Das interessieren mich da in deinem Magi. Das ist alles nicht relevant. Da sind Magi oder was? Komm, verzieh dich. Nee, hier ist kein Magi. Und der in der Festung, wo er jetzt neu hingegangen ist. Da ist wahrscheinlich Magi. Und der... Was fliehen denn hier meine Hühner, Alter? Was ist mit euch? Am Ende stellen die sich gegen mich, wenn ich sie enttäusche. Das war ein Problem. Hier ist schon wieder nicht die Truhe. Das sieht schon wieder aus wie... ...die Mumien. Aber das dachte ich schon in der Höhle von Eldin. Und dann waren es keine Mumien. Oder ich habe sie zumindest nicht getroffen. Da gehe ich jetzt auf jeden Fall schleunigst mal hin und schauen mir das an. Alter. Kann nicht sein, dass ich hier das Spiel ja nicht finde. Ich muss mehr auf die Truhen achten. Oder auf besondere Orte. Hier unten ist zum Beispiel eine Sackgasse. Vielleicht ist hier unten einfach eine Truhe. Ne? Macht ja Sinn. Und dann ist vielleicht hier das, was ich suche. Ne? Aber unten, wo ich jetzt hin muss, ist ja auch nochmal so eine Sackgasse. So viele besondere Stellen gibt es ja jetzt nun auch nicht. So. Ja, er soll aber ruhig mehr Monster beschweren. Ah, hier ist der Maros. Ist halt auch gleich down, ne? Level 6. Ja, so muss der Spaß, ne? Vielleicht bleibe ich erstmal auf, ähm, vielleicht bleibe ich erstmal auf normal und einfach. Damit das ja nicht ganz so eskaliert. Und dann können wir immer noch auf schwierig machen. Naja, auch nicht geplant von mir habe ich jetzt nur auf der Wim entschieden. Ich meine, hätte ich das jetzt privat gespielt, hätte ich es vielleicht sogar gelassen, weil ich mir das dann hätte erlauben können, ewig rum zu failen. Wo ist er denn? Der ist jetzt wieder hier oben. Ja gut, dann kann ich hier das doch erobern. Vielleicht habe ich ja Glück und wenn ich hier erober, dann ist doch hier, ähm... Ähm... Nö. Das heißt, es ist tatsächlich in einer Truhe. Alter. Das, äh, ja. Dann bin ich einfach richtig schlecht, ne? Gucken wir mal hier oben. Ansonsten muss sie ja eigentlich da oben sein. Ich glaube, es gibt ja sonst kein... Versteck, wo sowas dann wäre. Ja, Tatsache. Okay, okay. Haben wir doch noch alles bekommen. Also doch ein Erfolg. Tududum. Alright. Vielleicht muss ich ja doch mal einen, äh, offscreen Grind machen, ne? Aber im Prinzip, die Realität, ne? Wie sieht das denn aus? Wer guckt sich denn das hier an, ne? Hier würde es sich ja sowieso schon jemand rein plagen, der eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, ne? Das würde ja auch irgendwie auch nicht passieren. Von dem her soll ich es auch einfach alles doch, äh, klassisch, äh, aufnehmen? Weiß ich nicht, ne? Also hier ist noch zugeschlossen. Ich hätte mich natürlich auch teleportieren können, aber... Entscheide dich doch mal. Boah, deswegen ist wahrscheinlich hier auch überall die Eulen, weil er sich die ganze Zeit weg teleportieren wird. Und das Spiel erwartet dann tatsächlich, dass man, äh, ja. Aber jetzt bin ich ja früh dran. Ich habe ihn ja die ganze Zeit auch ewig da verwalten lassen. Wahrscheinlich wird er ein bisschen warten, bis er sich teleportiert, ne? Ja, jetzt kämpft er auch. Er hat keine Chance, wenn er viel Schaden ernimmt. Das passt. Ich besiege dich. Ah, nee, der teleportiert sich weg, okay. Welche Festung, Kollege? Teleportieren wir uns doch, machen wir das doch halt. Das Küken, jetzt ist mir das auch egal. Ja, abzublocken, Kollege. Hören Sie auf. Das ist aber auch Bock, wenn er so ein Pokémon, ne? Aber ich kann jetzt nicht tausend Sachen anfangen. Ich habe ja auf jeden Fall wieder richtig Bock auf Gaming. Ich habe ja richtig meine Gaming-Lust zurückbekommen. Das ist ein Traum. Ja, aber auf jeden Fall nicht so den... Was macht er denn jetzt? Ich muss auch sagen, ich habe die Queste auch noch nie gespielt, ne? Toll. Davon, dass er geblendet ist, ne? Ich wollte er mal nicht hier so angreifen. Komm, wir machen hier Gnadenstoß. Auch wie er gerade bei der Animation der Kompass geleuchtet hat. Das ist wohl das Gimmick davon. Ich habe es besiegt, okay. Okay, wir haben es geschafft. Siege das Horror-Kid. Oh, ein besonderes Material. So lobe ich mir das. Wir haben den Kompass wieder abgenommen. Sehr gut. Sehr gut. Betreibt kein Jabba-Dang mehr. Na lol, da drunter wäre vielleicht auch noch was gewesen. Sie vergibt den Ende. Gut, alles gut. Dann sieht's ich beim nächsten Diebstahl. Ja, stolz im Schloss, wo du nicht in die Richtung gelaufen bist. Alright. Nach anfänglicher Strapazen, ne? Das heißt, mittel, mittlerer Strapazen haben wir da doch noch einen souveränen Part auf die Beine gestellt. Ich bin stolz auf uns alle. Ich falle noch auf euch, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Link ist einfach Badass, ne? Was will man sagen? Sie sind richtig erzauro. Sie sind richtig erzauro. Wo geht's hin? Scheiße. Josh, da geht's hin. Naja, wow, das ist einfach ihr Gimmick, okay. Er wird sich bestimmt die ganze Story durchziehen. Das ist einfach, wenn ich hierhin nicht in der Zeit habe. Wenn ich ihn nicht kannst, was ich hierhin nicht in die Gimmick gespielt hat. In seiner Hand war sie geschlossen, schüttelt sie ihre Gimmick, die Gimmick geschlossen war. Auf die Gimmick geschlossen hat sie, die Gimmick geschlossen hat. Aber vor kurzem, ein Gimmick geschlossen hat sich in die Gimmick geschlossen hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017